In einer Zeit, wo kann man sich kaum erinnern. Aber wo ist man, wenn man im Wachkoma ist? Weg. Einfach vom Leben weggestoßen. Wachkoma ist eine Bezeichnung für einen Zustand, bei dem wir in der Lage sind, selbstständig weitestgehend zu atmen, auch Situationen zu erleben, in denen wir schlafen und in denen wir die Augen offen haben und damit wach sind. Ein Zustand, bei dem es aber nicht möglich ist, für die Außenwelt klare Kontaktaufnahmezeichen von dem Patienten oder von der Patientin aufzunehmen. So ein kleines Grinserchen kriege ich, ne? Du weißt genau den Ablauf, ne? Das ist Mamas Schatz, ne? Sandra hatte zu Hause einen schlimmen Asthmaanfall und mit Herz- und Atemstillstand. Den habe ich dann zu Hause aber so weit wieder selbst hingekriegt. Bis der Notarzt kam, hat sie wieder geatmet. Die haben sie dann mit ins Krankenhaus genommen und im Krankenhaus ist zwei Tage später noch einmal das Gleiche passiert. Und da hat es eben ein bisschen länger gedauert, das heißt 20 Minuten, bis die Diensthabende Ärztin da war. Ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht reden, ich konnte nicht mal atmen können, konnte ich. Die haben mich sogar atmen gelernt. Ich hatte schlau gehabt, wurde beatmet. Und dann, wo ich aufgewacht bin, also nach Erzählungen weiß ich, dass ich atmen gelernt habe. Dann habe ich angefangen zu trinken, essen lernen. Dann habe ich gelernt, reden, schreiben, rechnen und sowas alles. Alles gelernt. Alles neu gelernt. Ich konnte gar nichts. Hast du immer daran geglaubt, dass du dir gesund wirst? Ich habe das gewusst, dass ich das werde. Was wünschen Sie sich für sich? Ja, das ist für mich das, dass es soweit ist, dass ich in Ruhe sterben kann. Das ist nicht so. Jetzt kann ich nicht in Ruhe von dieser Welt gehen. Ich beschäftige mich noch mit diesem Gedanken. Was wird? Ich bin schon 70. Zwar die Pflege macht schon nicht so viel Arbeit wie das früher war. Da konnte mich nicht aufrichten. Bei Umsätzen, das war Kartoffelsack. Aber jetzt macht schon so viel Hilfe, dass eigentlich körperlich ist das für uns kein Problem. Das ist psychisch, die Psyche.